Hey Leute! Willkommen wieder zurück bei Rogue Legacy und ich nehm den heute wieder und was könnte man machen? Die Upgraden, überlege ich gerade. Meine Upgraden. Wir haben ja jetzt eigentlich einen Spell-Tief, den sehe ich so gut wie gar nicht, das was mich ein bisschen nervt. Und irgendwo soll's auch nochmal einen weiteren Free-Game. Hm, Mana-Kosten reduzieren? Yep, ok. Randomized Children. Das ist gut, das wollte ich haben. So, wir haben erstmal den kurzsichtigen Paladin. Was hast du jetzt bei mir? Bei dir? Bei dir? Nicht bei mir. Neues Cape. Ein Chiffon. Chiffon? Keine Ahnung was das für mich bedeuten würde. Ich bin ja nicht so gut drin. Also Super müsste ich mal schauen. Keine Ahnung. Gut, ab ins Karte. Ich würde sagen, wir laufen auf oder versuchen nicht den Wald durchzuqueren, sondern laufen einfach Richtung... Ähm. Boah, haha. Ja nochmal so was. In die Richtung wo wir laufen müssen. Nervig. Ok, noch einer. Also Richtung dieses, diesen komischen Palastes. So. Jetzt können wir auch mal endlich ins Münzen. Der Palastes. Lassen Sie mal. Das befindet sich im Norden. Das ist mehr diese Inka Sache. Ok. So. Und nochmal. Jetzt. Wow, das ist relativ simpel, oder? Aber leider, ich ärgere mich, dass ich hier nicht mehr den Dash habe. Den mag ich so extrem. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen, dass es auf mich hieß. Ich bin mal gespannt, ob es da oben was gibt. Na ja, jetzt so spannend ist das jetzt nicht. Da oben sind wirklich Gegner. Aber weiter höher geht es nicht. Da geht es runter wieder für mich. Was anderes habe ich nicht vor. Ja, und das ist... mein Gott. Okay, da kann ich auch nichts anfangen. Da noch ein bisschen Geld. Immer toll. Ich will gerade noch ein bisschen andere Cape nochmal, die ich habe. Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja noch... oder habe ich kein Cape. Gerade aktuell. Besonders, weil das mir einfach zu schwer war. Boah. Gerade so nicht durchgekommen. Okay. Aber da hätten wir ihr Essen bekommen. Und hier sind Schatz-Tour. Nicht problematisch. Überhaupt nicht. Okay. Aber momentan läuft es auch echt gut. Aber wir wollen es mir nicht zu sehr ver... Nehmen wir das ein bisschen. Also... Da fängt es schon wieder an. Uns als glücklich schätzen. Und das ist mein Mech. Bestimmt ja. Komm Wark. Komm hoch. Ich kenne dich doch. Tschüss Wark. Oh Gott, das wäre... Ich habe ja noch ein bisschen zu krass. Ich habe ja noch ein bisschen zu krass. So, das war gut. Das ist nicht kompliziert. Und nochmal. Komm. Nix drin an. Okay. Das war jetzt auch nicht das komplizierteste. Hier. Im Bild. Ah, da muss ich aufpassen. Genau deswegen. Da kommen wir durch. Komm näher. Ah, sehr schön. Da ist ein Teil kaputt gegangen. Na. Yes. Aber da ist noch mein Mech. Aber mein Mech kann glaube ich nicht runterfallen. Also. Nicht springen. Runterspringen. So. Super. Und diesen Soundtrack war. Haha. Find egal. So. Denn, äh. Ich habe mir gedacht. Und bald. Du weißt. So sehr der. Okay. Toll. Ich habe es gehofft, dass es nicht klappt. Ohne, dass wir da irgendwie scheitern. Boah. Sehr klar. Wer trifft mich nicht direkt. Sondern. Okay. Es sind mehrere. Okay. Wie tun wir hier lang? So. So runter. Was? Mutte ich mir einen Teil. Achso. Aber den krieg ich nicht. Den krieg ich nicht. Boah. Was passiert wenn man. Kurzsichtig ist. Dann sieht man sowas nicht. Okay. Passiert sowas dann zu spät. Oh Gott. Man. Du lasst mich schon ruuua. So. Wir machen echt viel Schauen die Leute. Ist mir ein bisschen zu wider. Tschüs. ok den kriegen wir auch so hin das ist nicht kompliziert hier ist nichts weiter wir müssen rum cool lebensregeneration meiner regeneration hier brauchen wir jetzt nicht so sehr aber lebensregeneration und das ist das level können wir kurz in die anderen rein schauen und ich weiß noch dass ich irgendwo anders herzen habe und zwar da wollen wir uns mal kurz essen sehr schön ja das ist ein ziemlich interessantes level guck mal hier noch mehr habe ich nicht bock guck mal kurz oben hin oder ja da kriegen wir hin wenn ich schon ein bisschen blöder ja ok warte mal ab in myoten ok 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 ist recht aus ach man ok damit haben wir uns die möglichkeit gegen den bus zu kämpfen so gut wie vertan wir probieren trotzdem das spiel sport sehr gut auch mit feuer ist nicht schlecht weil ich nur grad welche klasse ich nehme oder was hat ihr für eigenschaften kentziellen schicken freak auch das ist geil ok wir nehmen den aber erst nix mal bis dann schau hey leute du kommst zurück bei rukle legacy das spiel sport wir haben leider zu wenig an münsten leider wie kostet das 10.000 der miner der upgrade wird ist eigentlich auch eher unterdrissen da haben wir schon auf vier und mir ist es noch nie vorgekommen das wir das mal bekommen ich würde sagen wir werden noch mal weiter schaden upgraden zweimal Und dann holen wir ab. So, ich wollte mal gucken, was war das nochmal gewesen? Welchen Mantel habe ich... Ach, Chris Jones erhöht. Das ist halt von, habe ich keine Ahnung. Okay, was war das? Ich hab mich gerade gewundert. Okay, wir gehen durch. Ein einfacher Blitz oder was anderes? Okay. Yes, schicken. Oh, böses schicken. Das ist so geil, dass die wir mit schicken haben auch noch. Und... Spaceboard ist eh super. Aber so schnell wieder den Mann hat zurück. Idioten Posse. Komm mal hier rein. Wow. Fährt auch ganz knapp. Bin ich schon wieder voll mit Mann. So schnell. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hab's da gesehen, dass du böse bist. Was haben wir denn hier alles entgegen? Toll. Das war nix. Ich hab' überhaupt nix gebracht. Boah. Und hier nochmal. Cool, wir gehen mal... Haben wir hier oben... Ne, haben wir nix. Okay. Hab' ich gedacht, wie können wir da oben hochgehen. Ah, ist schon wieder getroffen worden. Guck mal, hier könnte man als cleanes Vieh reingehen. Wow. Als ähm... Mini-Typ. Take no damage. Probier's mal. Boah. Verdammte Scheiße. Okay. 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 Ich hab' mich voll... Ich hab' mich voll raum eingedrickst. Eingedrickst, genau. Ausgedrickst. Na ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Haben wir schon mit die beste Klasse und dann versagen wir mit irgendwelchen anderen Sachen. Geil. Und wir haben auch noch nur ein geiles Trade. Heißt also, wenn wir Sachen zerstören können, immer noch ein Chicken rein. Was uns Leben gibt. Äh... So was spielen? Naja, komm, ich spiel' nicht. Ah, das ist gut. Heißt, dass wenigstens hier leben ist. Wir könnten auch noch... Wenn wir Sachen zerstören, auch noch mal die Chance auf den Chicken. Ja, das war die Chance auf den Chicken. Aber wir sind auch noch mal Sachen. Und Journal Entry. 22. Fertig. So. Guck mal hoch. Ja, das war nicht so schlimm. Ah. Ja, das war nicht so schlimm. Wir sind ja hier. Das ist ja nicht übertreiben. Achso. Und... Ich will... Da war ein Hähnchen. Hähnchen, 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 Hähnchen. Yes. Ich weiß auch nicht, wie oft oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Hähnchen kommt. Okay, das war jetzt ein bisschen strange, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Wieso? Äh, normalerweise gibt's hier einen Eingang immer. Womit man dann... Hält, ähm... Hups. Womit man noch ein bisschen Leben bekommt und man dann... Nämlich der hier. Ich hab' ich gesagt, war ein bisschen strange. So. Ich hab' das AG auch nicht so kompliziert. Wenn man weiß, dann ist das eigentlich ganz einfach. Ach, Mist. Unnötig. Hier haben wir auch so gut wie geschützt. Hühnchen! So. Aber das ist so krass hier, weil, äh, die machen alle so viel Schaden. Das nervt ein bisschen. Ja. Ach, Mann. So, komm runter. Traurig. Ich brauch' momentan ein bisschen Heilung. Äh... Gut, wenigstens schicken wir nicht so viel Schaden, was das macht. Ich kann hoffen, dass ein paar Dinger, von denen kaputt gehen. So. Jetzt ein bisschen ruhiger. Da ist noch was. Ich könnte mich kaputt gehen nach einer Zeit. Aber machen sie irgendwie grad gar nicht. Schade. Äh. Klar, musste sein. Take no damage. Ach, da komm' ich doch wieder raus. Ich seh's grad, da komm' ich raus. Was? Wie gesagt hab' ich, wie soll ich denn machen, ohne dass ich... Äh, wie soll ich denn irgendwie rauskommen? Na... Ganz knapp. Nein. Okay, wir nehmen den... Wir nehmen noch einen. Ach, toll. Abseits dauern nämlich auf keinen Fall. Es ist ein... Wir nehmen zwei Assassin und ein Barbar, der... Ach Gott. Ich hab' das auch noch nicht freigeschaltet. Jetzt haben wir hier... Break rough to restore mana. Bist wirklich talentiert mit paar... ...fehlern. Äh, auf keinen Fall. Ich bin nicht so der Farbenblendtyp. Der drauf steht. Wir machen nochmal kurz Rüstung. Und... Vielleicht klappt das sogar. Mal schauen. Ja, wir haben genug. Wir haben jetzt genug... ...an... ...Tragkapazität. Wann war eigentlich das hier? Haben wir noch soviel Geld? Nein. Wir tragen die ganze Zeit das hier. Ja, wir könnten noch soviel Magie Scham machen. Ob es aber wir tragen andere Sachen die gut sind. Ob es da alles Minus Damage, frage ich mich. So. Ja, ist okay. Ah, muss man nicht verstehen. Gut, äh, Rune. Na. Ist auch okay. Wir gehen einfach durch. Lass mich durch, bitte. Und... Ja, jetzt können wir auch unsere Manner regenerieren. Wir haben zwar nicht... Ja, doch wir haben einige Sommer. Aber... Nicht schon wieder so ein... Ja, war klar. Lass mich in Ruhe. Ah, essen. Aber wenigstens... Wir haben auch extrem gut, sehe ich gerade an den HP. Für den Assassin. Ist mal gut. Ja, komm her, du. Wow. Die Axt ist jetzt auch nicht so schlechte Manner Sache. Ja, da bin ich ganz zufrieden. So, wir gehen nur wieder straight nach oben. Das Team hat ja größere Crit-Wahrscheinlichkeit. So. Komm her. Ach, Mann. Das sollte ich nicht so tun. Wächst hier an Bildern? Mann. Hier haben wir noch mal einen Portray. Oh. Mann, der hat sich gerade ein Bild zerstört. Wie cool ist das denn, wenn das so ist? 14 Manner geht echt. Mit der Waffe. Wir können vorher schnell wieder die Manner hochbringen. Vor allem droppt das so viel Manner. Und kaum... Die Mützen ist doch gar nicht so viel gedroppt worden. Aber Manner ist schon extrem viel. Ja, hier, die machen uns kaum Schaden. Ich hab nicht so die Gedanken. Ein bisschen Schaden machen die doch schon. Zeit. Weiß nicht, wo der hin wollte. Aber der war panisch. Angst. Wie geht weiter nach oben? Da ist ja unser Ziel. Schade, dass ich nicht klein bin. Sonst konnte ich hier wieder locker durchgehen. Naja. Jetzt hab ich ein paar Gegner getötet. Hab mich wieder voll geheilt. Ich hab nicht gehört, dass der zerstört sich. Jus. Dann mach ich keinen Chris-Schaden. Muss man auch nicht verstehen wann ich's mache und wann ich. So, die Dinger brauche ich nicht zerstören. Ok, ich hab ihn gleich besiegt, ah, ich hab dieses Trade, womit die Dinger alle offen sind. Das ist cool. Ich denke wohl, er wäre uhrcoolster, naja, ich weiß auch nicht, was ich klar warst. Boah, Junge. Reicht, 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 reicht langsam. Oh, jetzt hab ich noch ein Bild aktiviert. Komm her, du. Jetzt erstmal ab und zu mal die erste Ziemfähigkeit benutzen soll. So, nächstmal, da gehen wir weiter, äh, ich würd sagen mit den Barbaren, bis dann, ciao,